Das ist unglaublich. Ich bin gerade in Singapur angekommen und habe sogar ein paar schöne Blumen bekommen. Spitzenmäßig. So duscht man gerne. So badet man gerne. Also genau so, wie man es eigentlich erwartet hat. Schön in Asien, schönes Bettchen und einen geilen Ausblick. Das ist jetzt mal ein kleiner Film für euch und ich werde mir Singapur jetzt noch richtig angucken. Ich muss sagen, es ist wunderschön. Ungefähr 30 Grad. Das ist jetzt 10 nach 5. Und eine super schöne Botanik. Ich meine, bei uns jetzt in Deutschland ist es einfach arschkalt und ich kann hier schön mit T-Shirt rumrennen. Deswegen wollte ich euch auch unbedingt das zeigen, wie schön Singapur ist. Und ich kann nur echt jedem empfehlen, hierher zu kommen, weil hier kannst du auch super geil essen. So, jetzt noch mal einen kleinen Schwenk über die Stadt. Egal wo man ist auf der ganzen Welt. Ich kann mich überall filmen. 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 Vielen Dank.